1. November haben sich Dominic Harrison und seine liebste Sarah endlich offiziell vereint. Auf einer traumhaften Hochzeit krönten sie ihr Glück, vor einigen Monaten kommt dann sogar noch ihr erstes Kind auf die Welt. Nun hat sich Dominic aber noch etwas ganz besonderes ausgedacht. Einen echten Liebesbeweis, er lässt sich nämlich nicht nur den Namen seiner Frau auf seinen Körper tätowieren, sondern gleich ihr ganzes Gesicht. Sein durchtrainierter Körper strahlt jetzt also mit einer wirklich rührenden und kreativen Liebeserklärung. So scheint das Glück nun endlich perfekt zu sein.